Gute W, hier ist wieder euer Drani und willkommen zu einem neuen BG Commentary. Wir sind hier auf der Brunnenküste, an der Brunnenküste und gehen einfach mal hier rüber und holen uns das Erz hier, was dann gleich spawnt. In der Folge, kommt jetzt ein Ali oder nicht? Wenn nein, dann ist das Ding sicher. So, jetzt looten wir mal. Ah, da ist doch schon was. Guck hier. Stun. Du bleibst hier. Ah, der Heiler. Wir gehen auf den Heiler. Maledict. Wings. Stun. Und tschüss. Oh, immer noch nicht. Ah, jetzt wird das wieder ein ewiges Spiel hier, weil er nicht stirbt. Inline. Sunnin. Er hat keine Hotz drauf. Jetzt müsste er eigentlich mal lange noch sterben. Ich kann ihn nicht kicken. Ich lebe Vengeance mal ab. Inline. Jetzt stirbst du. Nein, er lebt noch. Ich wollte gerade sagen, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Poppen wir dich mal. Gib mir eine Heilung. Bin auf den Hunter. Hat er eine Truck geschmissen? Okay. Gott sei Dank. Ich habe dich noch gesehen. So, Stun. Stun. Schau mal in der Insel. Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, will ich jetzt... Alter, das gibt es da nicht, ja. Wie ewig lang der lebt. Ah, dafür kriegt das jetzt. Nice. Jetzt haben wir es. Das ist schon heftig. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht... Jetzt weiß ich natürlich... Ich kriege sie. Lieber Schwan hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was er an Tränken oder so benutzt hat. Oder ob das von ihm war. Ich weiß es gerade nicht. Die ist doch eigentlich egal. Okay, er hat irgendwelche Schal... Okay. Erste Truide. Ach. Zu spät. Hatst du keine Hotzab? Na, ich habe sie... Noch mehr Leute. Okay, ich habe halt nichts mehr. Links poppen macht keinen Sinn, weil die nämlich gerade auf mir sind. Dann war es das. Ja. So, wir haben 200 Punkte Vorschwung. Schön grad 500 geholt. Direkt unter uns ist eins. Dann gehen wir auch da hin. Oh, es sind mehrere Alice. Machen wir jetzt den Hunter hier mal. Stun. Bleib hier. Chile Vengeance. Shadow Filio hat mir unterbrochen. Kataklysmus kann ich nicht kicken. Okay, was aber? Den kann ich nicht kicken. 4 kann ich nicht. Aber das nächste Mal kriege ich Stunchen. Oh nice, Stun. 4 kann ich nicht kicken. Nice, da geht er down. Hat doch richtig gesehen. Was ist dann? Ah, ne, hab ich keinen. Kann man das Pet abspocken? Ja, können wir. Ah, da ist die Trap. Nice, jetzt ist er down. Das haben wir. Schön. Einmal dich mal. Da hinten ist für uns hier das nächste. 400 zu 700. Da ist eins. Wir gehen aber hier hin. Aber sind so dritt sogar. Ach so, der soll. Es sollte jetzt nicht viel passieren. Ali ist keiner sichtbar. Hier vorne auch nicht. Wenn wir mal aufgucken, da kommt er. Dann geht woanders hin. Das ist ein Ali. Aber 3, 2, 1, Stun. Ist das ein Crop Warrior? Ne. Ich hätte ihn fast nicht gesehen. Ten Ali. Dass er abbaut. Ich wusste, dass er da ist. Aber ich hätte ihn fast nicht gesehen. Hallo. Nice. Einmal den Shadow mal. Okay, dann halte ich mich selber. Wenn der Shadow nicht will. Na, also abgebaut. Schön. Da vorne ist das nächste. 600, 800 Ali holen auf. Oh, 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 oh. Das ist der Troider. Stun. Wings. Gehen wir mal auf den Hexer hier. Mal eh Stun. Genau, da ist der Troider. Wir gehen direkt an ihn dran. So, Wings dann wieder ab. Slow in. Stun in. Maledict. Meister geht er down. Shadow Fury kicked. Oh, genau. Monkau. Und Schuss. Warrior ist der nächste. Und Schuss. Dann können wir das Ding abbauen. 700, 800. Wir holen auf. Wir hatten 200 Punkte. Da hinten ist ein... 800, 900. Ich spawne die nächsten. Oh, die sind bei dir. Zwei hier. Dann gehe ich auf die Insel. Ernsthaft, Hunter. Schaff nicht. Mach, was du willst. Ich hau ab. Ey, diese Reichwelle. Drei Hunter hier. Och, nö. Oder? Ob ich mich heilen kann, kann ich gerade nicht tun. Einen anderen komme ich nicht ran. Oh, ey. Nix. Die Terran, sir. Jetzt gehen wir nicht aber... Der ist down. Da können wir abbauen. Nice. Das nächste. Da ist ein Zwei. Oh nein. Und da ist noch ein Ali. Nein, ein Hordler. Hält das auf. 900 zu 1000. Das ist scheiß knapp. Aber 200 Vorsprung. Genau. Geh du da hin. Ich gehe da hin. Oh, da sind noch mehrere. Hier mal einen True Eden. So, Stun. Wings. Richtspruch. Oh, nice. Alter Spiel, was hat denn der kassiert? Das war aber jetzt schon sehr hart. Oh nein. Jetzt bauen sie es da ab. Oh, scheiße. Raus hier. Dann ist die Bubble. Hunter geslowed. Nochmal geslowed. Oh, lol. Kann er den slow. Stun. So, heilen wir uns kurz. Bleibst hier. Bleibst hier. Okay, da kann ich nichts tun. Da ist hier das nächste Vorkommen. Ich habe keinen Kipp. Ich habe Schossen. Ich dachte, ich kann ihn noch killen. Nee. 12 von... Oh nein. Muss doch nicht sein. Genau. Lass mich in Ruhe. Da hinten ist Snacks. Da ist das nächste. Das sollte uns sein. Da hinten ist noch eins. Das ist nicht so wichtig hier. Oh, müssen wir hin. Da hinten. Borion, der hat ein... Ah, der Pala ist an ihm. Oh, und ein Mage. Nee. Die haben... Doch, die haben ein Mage. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Kann ich ihn einfach mal... Ah, das ist ein Hexe. Oh, scheiße. Leck mich. Ich bubble. X Giftdrüse. So, und ich tue mir instant vernichten. Vier kickt. Pataklysmus ist nicht so schlimm. Oh, jetzt kommt da noch ein Hunter dazu. Einmal nicht mal kurz, kann ich nicht kicken. Vier, aber ich gehe raus. Oh, komm her. Lass die Leute in Ruhe. So, ist dann Richtspruch und dann Templars Verdict. Sollte eigentlich gleich dann ruhig sein. So, Feierabend. 1212 von der anderen hinten. 1300. Oh, das ist echt knapp, ey. Hier ist keiner da. Nice. Was ist das nächste? Da drüben zwei Stück. Oh, nein. Ah, das ist so knapp. Scheiß knapp. Wenn wir natürlich immer eins vor sind, dann geht's ja noch. Da ist noch eins. Da ist... Nein. Oh, er hat ihn noch abgehalten. Ich traue dich da trotzdem raus. Na, ich glaube, die werden ich nicht viel machen können. Oh, nice. Ah, habe ihn noch erwischt. Das ist aber noch ein Anti-Tab. Scheiße. Scheiße. Nein. Fuck. Nein, jetzt haben sie gewonnen. Schade. War aber trotzdem ein gutes Game. War scheiß knapp. Was soll man machen? Am Ende haben wir uns einfach nicht mehr richtig verteilt. Und die kleinen Einzelnen geholt. Die Alice haben nicht immer eins mehr gehabt. Dann, was soll man machen? Ich sage mal vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. So, Udle. Das war es dann wieder für heute. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.